Und damit ein fröhliches neues Jahr 2018. Ich hoffe ihr seid sehr sehr gut ins neue Jahr hineingerutscht und ich wünsche euch natürlich alles Beste für das Jahr 2018. Bei mir kann es auch nur besser werden hoffentlich. Das Jahr 2017 war natürlich gesundheitlich nicht so ganz so für mich vorteilhaft, aber ich sehe es positiv und 2018 wird jetzt voll in Angriff genommen. YouTube technisch habe ich mir natürlich auch einiges vorgenommen, auf jeden Fall noch mehr und besseren Content für euch parat zu stellen und mich einfach noch zu verbessern, wie es auch noch irgendwie geht. Da werde ich natürlich noch ein bisschen an mir selber arbeiten müssen, aber da schauen wir mal wie wir es hinkriegen. Ich möchte mich einfach nochmal ganz herzlich an euch bedanken, auch wenn wir jetzt natürlich kein komplettes Jahr, sondern nur ein paar Monate erst wieder dabei sind nach einer großen Pause. Trotz alledem danke, danke für den Riesensupport, den ganzen Likes, die ganzen Views. Das ist natürlich das, was mich natürlich auch motiviert weiterzumachen und ja, es hilft natürlich auch dem Channel, wenn ihr natürlich votet, wenn ihr natürlich Kommentare drunter schreibt oder sonstiges macht. Das pusht natürlich die Videos auch ganz ungemein, das ist natürlich nicht zu verkennen und dafür vielen, vielen, vielen lieben Dank an euch, dass, ja, das hilft ungemein. Dann möchte ich mich natürlich auch noch an den Yugi ganz kurz lieben Dank, der hat nämlich am 17.12. ein wenig im Stream gespendet, als wir Path of Exile gespielt haben, er hat ganze 50 Euro gespendet und ja, dann nochmal vielen, vielen lieben Dank an dieser Stelle sozusagen auch an dich. Und das ist natürlich nichts, was jetzt jeder machen sollte, aber ich wollte das nochmal ganz kurz ein bisschen hervorheben. Und die wandern natürlich in die Streamerkasse bzw. in die YouTube-Kasse und da werden dann, ja, so Kleinigkeiten wie Webcams, wie Lichter, vielleicht nochmal irgendwann Greenscreen, natürlich ist das alles nur so ein bisschen, aber es hilft. Und dann werde ich das sozusagen darin investieren, sozusagen, dass wir den Channel ein bisschen verbessern können. Ja, was soll ich noch großartig sagen, wie gesagt, ein frohes neues Jahr, möge alles das in Erfüllung gehen, was ihr euch versprochen habt, gute Gesundheit und allem drum und dran. Und dann hoffen wir, dass wir im Jahre 2018 so weitermachen können, wie bisher und auf ein erfolgreiches Jahr 2018 auf YouTube, auf diesem Channel. Bis dahin erst einmal, lieben Gruß, C-Tech, ciao!